Die Folge 139 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute geht es um Mastermind-Gruppen. Was genau ist das eigentlich? Wie funktioniert das und für wen ist das? Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. Anfang April diesen Jahres gab es das zweite Leadership Barcamp. Veranstaltet in der Köln-Bonn-Region von Mike Pfingsten, Ivan Blatter und mir. Den Teilnehmern und uns hat es wieder großen Spaß gemacht. Und deswegen gibt es in diesem Jahr auch noch ein weiteres Leadership Barcamp, und zwar das dritte Leadership Barcamp am 11. und 12. November 2016. Wenn Sie Interesse daran haben, einfach unter www.leadership-barcamp.de mal vorbeischauen. Dort können Sie sich auch in eine Liste eintragen und wir informieren Sie dann ganz unverbindlich frühzeitig über alles Weitere. Auf dem letzten Leadership Barcamp wurde auch über das Thema Mastermind gesprochen. Es gab sogar eine eigene Session dazu. Noch auf dem Barcamp hat sich dann eine Mastermind-Gruppe aus den Teilnehmern rund um das Thema Führung und Leadership gefunden. Das fand ich klasse, weil ich glaube, dass Mastermind-Gruppen sehr wertvoll und hilfreich sein können. Ich selbst bin seit zwei Jahren in zwei Mastermind-Gruppen und kann ganz klar sagen, ohne meine beiden Mastermind-Gruppen, ohne diesen Austausch mit Gleichgesinnten und ohne deren Hilfe und die Unterstützung meiner Mastermind-Kollegen, wäre ich ganz sicher nicht da, wo ich heute bin. Aber erst mal ganz kurz, was ist denn eine Mastermind-Gruppe? Ein Mastermind besteht aus einer Gruppe von gleichgesinnten Menschen, die sich regelmäßig treffen und untereinander austauschen. Es sind Gleichgesinnte mit ähnlichen Interessen und Motivationen, die sich bei der Erreichung ihrer persönlichen oder und beruflichen Ziele unterstützen. Wichtig dabei ist, die Teilnehmer sind unabhängig voneinander. Die haben also keine Kunden-Lieferanten-Beziehungen miteinander oder eine Chef-Mitarbeiter-Beziehung. Das ist ganz wichtig, weil sonst ist die Unabhängigkeit nicht gegeben. Diese Mastermind-Gruppe trifft sich dann regelmäßig, entweder persönlich oder auch online. Man tauscht sich dann offen miteinander aus, inspiriert sich, brainstormt gemeinsam über ein Problem oder irgendwelche Ideen, über die man sich austauschen kann und man spricht über die eigenen Ziele und deren Erreichung. Nach meiner Einschätzung tauchen normalerweise zwei Hauptprobleme auf, wenn es um solche Mastermind-Gruppen geht. Die erste ist, wie finde ich überhaupt eine zu mir passende Mastermind? Und die zweite ist, wie koordiniert und organisiert sich die Gruppe? Vor allem, wie kriegt man es hin, dass das keine Laber-Gruppen werden, sondern dass es wirklich effizient läuft und wirklich klar strukturiert ist? Mir scheint es, dass sich im Bereich der Selbstständigen und Solopreneure, speziell im Online-Marketing, solche Gruppen recht gut zusammenfinden. Ich hatte damit auch eigentlich gar keine großen Probleme. Das hat sich so ergeben. Ganz anders sieht das aber bei Unternehmern und Geschäftsführern aus, die ein Unternehmen führen, das bereits erfolgreich gewachsen ist und so auch schon die ersten Jahre erfolgreich hinter sich hat. Das sind dann meistens so Unternehmen mit einer Mitarbeiteranzahl 10, 20, 30, vielleicht 100, vielleicht 200 Leute. Also im zweistelligen bzw. niedrigen dreistelligen Bereich. Für diese Unternehmer, Geschäftsführer, ist es schon deutlich schwerer, Gleichgesinnte zu finden. Klar, man kann so auf IHK-Veranstaltungen gehen oder man trifft sich auf so branchenübergreifenden Events. Da trifft man andere Unternehmer, aber man tauscht sich da meistens eher nur so oberflächlich aus. Dann wirklich enger, so ein vertrauensvoller, offener Austausch, das ist da doch dann eher die Ausnahme. Auch haben diese Veranstaltungen, ja wie soll ich sagen, häufiger eher so ein Event-Charakter. Das ist nicht so richtig sauber strukturiert und es geht wirklich um ein Thema und da tauscht sich eine kleine Gruppe aus. Ich kenne deswegen auch wenige Unternehmer und Geschäftsführer, die sich außerhalb ihres Unternehmens wirklich intensiv und regelmäßig mit einer Gruppe gleichgesinnter Geschäftsführer und Unternehmer offen austauschen. Also denen fehlt dann häufig diese typische Möglichkeiten, ja einfach mit Gleichgesinnten auf Augenhöhe über Chancen und Risiken von Geschäftsideen zu sprechen. Und zwar im Detail. Oder sich einfach mal Rat zu holen, wenn man in eine schwierige Geschäftssituation kommt. Vielen solcher Geschäftsführer und Unternehmer fällt es wirklich schwer, ähnlich geartete Menschen zu finden, mit denen sie sich regelmäßig dann auf Augenhöhe beruflich austauschen können. Denn meist können ja eigentlich auch nur wirklich andere Unternehmen die eigene Problematik fühlen, ja sich in die eigene Problematik einfühlen. Denn diese Unternehmer, die das können, die kennen das dann aus eigenem Erleben. Aber wo soll ich Unternehmer finden? Denn man muss ja auch wirklich noch zueinander passen. Da ich diesbezüglich schon mehrfach von Unternehmern angesprochen wurde, entwickle ich gerade ein neues Angebot. Es handelt sich dabei um eine von mir moderierte Premium-Mastermind-Gruppe, die sehr strukturiert dann vorgeht, exklusiv aber nur für Unternehmer und Geschäftsführer. Ich will voraussichtlich im September mit einer ersten Beta-Gruppe starten, mit maximal acht ausgewählten Teilnehmern. Mir ist dabei sehr wichtig, dass die Teilnehmer wirklich zueinander passen. Wenn Sie daran Interesse haben und Geschäftsführer sind, der ein Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitern führt, dann schicken Sie mir doch bitte einfach eine kurze E-Mail, und zwar an mastermind.berndgerob.de. Schreiben Sie mir da in die E-Mail bitte kurz rein, um was für ein Unternehmen es sich bei Ihrem handelt, wie viele Mitarbeiter Sie haben und was Sie sich persönlich von einer solchen Mastermind erhoffen. Ich melde mich dann in jedem Fall bei Ihnen per E-Mail und wir können dann ein Telefongespräch vereinbaren. In dem Telefongespräch lerne ich Sie ein bisschen näher kennen und wir können so versuchen, gemeinsam einzuschätzen, ob das für Sie passen könnte. Für diese Beta-Phase können Sie sich bei mir bis zum 31. Juli 2016 bewerben. Ende letzten Jahres hat mich Dominik Frank für seinen Podcast Let's Start Up Together zum Thema Mastermind interviewt. Ausschnitte aus dieser Episode hören Sie im Folgenden. Die vollständige Episode finden Sie unter www.gründerbook.de Gründer mit U-E Aber ich verlinke da auch in den Shownotes drauf. Dominik bezeichnet sich selbst als Familypreneur. Auf seiner Seite www.familypreneur.de beschäftigt er sich mit Business-Systemen, die es Unternehmern erlauben, trotz Unternehmen und anderen Business-Verpflichtungen für die Familie da zu sein. Auch diesen Link finden Sie wie immer in den Shownotes. So, nun aber zu dem Ausschnitt, zum Thema Mastermind und zu meinem Gespräch mit Dominik Frank. Ich bin immer wieder erstaunt, wie wenig bekannt eigentlich Mastermind ist. Weißt du, woran das liegen könnte? Ich glaube, das liegt daran, dass das eigentliche, dieses Prinzip des Masterminds, das kommt ja aus diesem Buch, glaube ich, von Napoleon Hill, also kommt aus dem Amerikanischen. Dort ist das viel gebräuchlicher oder bekannter, vor allem im Bereich der Unternehmer, des Unternehmertums. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, hier speziell in Deutschland ist das Unternehmertum ja auch nicht so hoch angesehen wie in anderen Ländern. Und ich glaube, daher rührt das, dass das nicht so bekannt ist. Wobei ich sagen muss, also gerade dieses Mastermind, wir sprechen ja gleich ein bisschen näher darüber, was es genau ist, hat für mich einen unheimlichen Wert und hat mir in den letzten zwei Jahren unheimlich viel geholfen. Wann bist du denn das erste Mal mit Mastermind in Kontakt gekommen? Oder wie bist du überhaupt zum Mastermind gekommen? Ja, ich war auf einer Veranstaltung auf den Philippinen, so eine Art kleiner Kongress für Online-Marketing von Chris Ducker und hatte dort auch schon vorher Leute kennengelernt, einen aus Israel, aus Griechenland, aus den USA, ein Österreicher. Und die eine, die Julie, die hat dann, Julie Geranoscha, die beschäftigt sich so mit Zeitmanagement und die hatte auf diesem Kongress quasi dann gesagt, wie wäre es denn, wenn wir ein Mastermind machen? Das war auch gerade so ein Thema auf dem Kongress gewesen. Da habe ich gesagt, ja, klingt super, lassen wir das machen. Und das Besondere bei Mastermind ist, dass man ja alle, bei uns ist es alle 14 Tage, trifft man sich, wir treffen uns, weil sie aus der ganzen Welt sind, im Internet, also auf Google Hangout machen wir. Und das ist genau eine Stunde. Und dadurch, dass sie halt Zeitmanagement macht, hatten wir auch direkt denjenigen, der auch da wirklich schön drauf geachtet hat, dass das auch immer anfängt, dass die Agenda eingehalten wird und alles. Und das war sehr hilfreich. Und allein sich mit Leuten auszutauschen alle 14 Tage ist schon, die einen ähnlichen Mindset haben, mit denen man aber keineswegs im Wettbewerb oder so ist, das ist unheimlich hilfreich. Weil man hilft sich gegenseitig, aber auch wenn jemand anderes auf dem sogenannten heißen Stuhl ist, also sein Problem darstellt und von den anderen dann Rückmeldungen und Tipps bekommt, auch da lernt man natürlich immer. Man hilft sich gegenseitig. Das hat mich unheimlich weitergebracht. Was ist denn genau eine Mastermind-Club? Also im Prinzip ist es eine Gemeinschaft von vielleicht vier, fünf, sechs, sieben Leuten, die sich austauschen, die nicht unbedingt in der gleichen Branche sein müssen. Aber bei uns ist das Thema halt, wie positionieren wir uns Online-Marketing mäßig? Wie bauen wir unser Online-Marketing auf? Meistens ist das so das gemeinsame Ziel, dass man sich in dem Bereich unterstützt. Und da trifft man sich regelmäßig, wie schon gesagt, bei uns alle 14 Tage. Es gibt auch Mastermind-Gruppen, die sich wirklich in der realen Welt treffen, vielleicht einmal pro Monat. Und das Entscheidende ist, dass das nicht so ein Kaffeekränzchen wird, ist, dass es sehr genaue Vorgaben gibt, wie diese Zeit miteinander verbracht wird, dass die sehr effizient verbracht wird. Also normalerweise läuft das so ab, dass man am Anfang sagt jeder ungefähr so zwei, drei Minuten, was bei ihm momentan ansteht, welche Sachen er erreicht hat. Vielleicht auch ein Tipp für alle anderen, hat ein neues Tool entdeckt oder sowas, und man sagt, Mensch, das müsst ihr ausprobieren, funktioniert bei mir super. So kommt man erstmal in diese Stimmung rein. Meistens sind das ja sehr positive Sachen, die man dann sagt. Und dann ist der Fall, dass jemand auf den sogenannten heißen Stuhl kommt. Im heißen Stuhl ist jemand, der dann sagt, ja, pass auf Jungs, ich habe über meine Strategie nachgedankt. Ich möchte das und das Produkt zum Beispiel aufbauen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen wollte. Ich habe die und die Idee und ich wollte mal von euch hören, was ihr davon haltet. Also er erzählt dann, er oder sie erzählt so vielleicht fünf Minuten über das eigentliche Problem, was er hat oder die Vorstellung von seinem Projekt und dann stellt er ein, zwei Fragen und die anderen antworten dann drauf. Das gibt da auch dann unterschiedliche Verfahren. Das eine ist, dass er wirklich sagt, ja, was haltet ihr davon? Und dann sagt jeder was. Oder man sagt, was für Ideen habt ihr noch? Und dann sagt man, okay, jetzt machen wir mal kurze Auszeit, zwei, drei Minuten. Jeder überlegt sich was und dann spricht jeder darüber. Und was da rauskommt, wenn du es mit Leuten hast, die halt alle ungefähr ähnlich denken. Es funktioniert hervorragend mit, bisher habe ich es nur bei Unternehmern oder Solopreneuren oder Selbstständigen mitgemacht. Ich kann mir auch vorstellen, dass es unter Führungskräften funktioniert. Ich habe jetzt einen Fall auf dem Leadership Barcamp von uns gehabt, wo einer das gestartet hat. Da bin ich sehr gespannt auf die Ergebnisse. Mit dem bin ich in Kontakt. Aber ich kenne es hauptsächlich halt von Unternehmerleuten. Das Entscheidende ist bei diesen Sachen, bei dem Mastermind, dass es wirklich von allen als wichtig wahrgenommen wird. Es ist kein Termin, der ja heute komme ich, morgen komme ich nicht. Das geht nicht. Also ist dann die Idee, die man da auf dem heißen Stuhl präsentiert, ist das dann schon ein ausgereiftes mit Businessplan oder einfach so eine erste Bieridee? Das kann alles sein. Es kann auch sein, dass jemand sagt, verdammt, ich weiß momentan nicht weiter. Ich kriege meine Zeit nicht in den Griff. Ich habe das und jenes vor. Es kann quasi alles, was in irgendeiner Weise mit dem Geschäft zu tun hat, was dich belastet oder wo du sagst, da bräuchte ich mal eine andere Stellungnahme von anderer Seite zu, all das kannst du auf dem heißen Stuhl machen. Das heißt, die Mastermind, sagen wir mal, ist es eine Stunde oder anderthalb Stunden, der Großteil findet in diesem heißen Stuhl statt. Und danach, wenn der heiße Stuhl dann zu Ende ist, dann kommt nochmal jeder dran. Und das ist jetzt auch, finde ich, eine sehr wichtige Sache. Jeder sagt dann, was er für die nächsten 14 Tage vorhat. Das ist wie bei diesem Agile-Projektmanagement quasi. Stimmt. Das hilft aber unheimlich, weil nach 14 Tagen trifft man sich ja wieder. Und da will man jetzt nicht blöd aussehen und sagen, ja, ich habe mir das zwar vorgenommen, ich habe auch nichts gemacht. Also der Druck wird dann aufrechterhalten, weil sonst muss man sich... Es ist ein gewisses Commitment, was du sagst. Und klar kann da mal was schief gehen. Aber wenn das zwei-, dreimal passiert, fragen die anderen schon, sag mal, was für ein Problem hast du denn? Was ist denn hier los? Und gerade wenn du als Unternehmer oder Selbstständiger unterwegs bist, hast du ja niemanden quasi sonst mehr, dem du Rechenschaft ablegst. Und das kann sehr hilfreich sein. Also ich habe zum Beispiel so einen Fall gehabt, als ich mit der Leadership-Plattform angefangen hatte. Ich habe da Videos gemacht und habe mich zeitlich vollkommen verschätzt gehabt. Und habe da dann den super Tipp bekommen und gesagt, hey, du behauptest, du willst jede Woche da neue Module mit den Videos rausbringen. Funktioniert nicht. Siehst doch ein, dass es nicht funktioniert. Und jetzt setz dich erst mal hin und schreib dir genau auf, wie viel Zeit du brauchst. Und meine typische... Ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss ja... Nee, ist klar. Also du kriegst das so zurückgespiegelt. Du musst ein Video machen. In dem Moment denkst du auch, da ist das kleine Bär, der kleine Bär neben dem, ey, sei doch nicht so blöd. Also es hilft unheimlich. Und da wurde dann gesagt, hey, jetzt setz du dich hin, nimmst dir mal einen halben Tag und schreibst exakt auf, wie du diese Videos machst. Und dann machst du einen neuen Plan. Und da kam dann raus, hey, ich kann mich auf den Kopf stellen, ich brauche mindestens zwei Wochen. Und bis ich sowas habe. Also eine Woche war gar nicht. Ich sollte jede Woche ein neues Modul. Ich musste also meinen Leuten in der... Damals war das die Beta-Plattform, also Beta-User, habe ich gesagt, Jungs, es tut mir leid, ich habe mich verschätzt. Ich kriege es nur hin, alle zwei Wochen. Für die war das vollkommen okay. Und für mich ist ein Stein, weil ich den Druck gar nicht mehr so hatte. Aber ich wäre aus diesem Kreis gar nicht rausgekommen, hätte ich da nicht Leute gehabt, die mir eigentlich etwas Banales sagen. Und das ist unheimlich hilfreich. Manchmal sind es solche eher banalen Sachen. Manchmal sind es aber auch einfach tolle Tipps, weil jeder jetzt zum Beispiel bei dem Online-Marketing, sag mal, hast du das mit der E-Mail-Liste mal so gemacht? Hast du das mal berücksichtigt? Da könntest du doch das machen. Und da kommen so viele Ideen. Das heißt, selbst wenn du nicht auf dem heißen Stuhl bist, sondern nur zuhörst, wie jemand anders einen anderen Tipps gibst, übernimmst du auch Tipps für dich. Und das ist unheimlich hilfreich. Das stimmt, ja. Also ich schätze Masterminds auch. Und umso unterschiedlicher die Leute sind, umso besser. Und da kommen natürlich von unterschiedlichen Gesichtspunkten hinzu. Ich finde es sehr, sehr spannend. Und ich hoffe auch, dass das in die Führungsebene in den Unternehmen Einzug hält. Ja, da bin ich, ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich überlege da momentan noch, weil das Besondere an diesen Masterminds ist ja, dass die Leute unabhängig sind. Wenn du jetzt ein Mastermind machst, das gestaltet sich anders, wenn du Leute hast, die abhängig, vielleicht auch untereinander abhängig sind. Weil dann öffnen sie sich nicht in der Art, wie das jemand, ich kann in der Mastermind-Gruppe, da geht nichts nach außen, was nicht besprochen wurde, dass es nach außen gehen darf. Aber es hat auch niemand was davon, wenn man, das heißt, ich öffne mich eher den Leuten gegenüber, als ich das vielleicht in der Firma tun würde, als Führungskraft, einer anderen Führungskraft gegenüber, weil ich sage, naja, vielleicht stehen wir nachher im Wettbewerb, wenn es um die Beförderung geht oder sowas. Das kann schwierig sein. Deswegen dürfen auch die Leute, die in den Masterminds sind, nicht im Wettbewerb stehen. Für wen sind denn Masterminds etwas? Also als Solopreneur, muss man da einen bestimmten Charakter haben? Muss man da der harte Unternehmer sein? Nein. Also ich glaube, worum es da hauptsächlich geht, ist, du musst ein Commitment dafür haben, dass du sagst, jawohl, wenn wir uns alle 14 Tage treffen, wenn es irgendwie geht, werde ich diesen Termin wahrnehmen. Klar, es kann immer mal was passieren, aber dieser Termin ist wichtiger, als ein Kundentermin. Wenn du mit dieser Einstellung reingehst, dann kann es gut funktionieren. Das andere ist natürlich auch, also es muss dir einmal sehr wichtig sein, du musst offen sein, du musst das Gefühl auch haben, dass du reingehst und sagst, ich will den Leuten auch wirklich helfen, dann helfen sie dir auch. Das heißt, als erstes musst du mal Vertrauen in diese Gruppe mit reinbringen. Wenn du reingehst in die Sache und ich öffne mich nicht ganz, bestimmte Sachen darüber möchte ich nicht sprechen, das halte ich zurück oder sowas, dann funktioniert es nicht. Weil dann können sie dir auch nicht helfen. Vertrauen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dass man auch vertraut, dass es da nicht rausgeht oder der andere das dann kopiert und selbstverständlich auf die Beine stellt. Genau, genau. Das ist ganz entscheidend. In einer Mastermind-Gruppe war mal ein Fall, wo eine Idee vorgestellt hat und alle haben gemeint, ja, nee, also wir sehen das momentan noch nicht. Es kann dann auch sein, dass dann diese Idee zum Fall gebracht wird, aber die Person sieht das nicht so. Was machen wir in diesem Fall? Also alle sieben sehen jetzt, die Idee ist jetzt nicht so das, aber die Person glaubt an das. Ja, das ist aber dann vollkommen okay, denn du bist nach wie vor, du bist ja Unternehmer oder Selbstständiger, wie du es auch nennen willst, es ist deine Entscheidung. Das heißt, die anderen Mastermind-Kollegen geben dir ja nur ein Feedback. Ob du das Feedback dann umsetzt, wie du es umsetzt, das ist deine Sache. Das ist vollkommen okay. Also es geht nicht darum, dass du das tun musst, was die Leute dir da sagen. Es geht darum, dass du ein unabhängiges Feedback von Leuten bekommst, Tipps bekommst, Beratung, eine Art, fast wie ein Mentor, Mentoren sind das dann. Darum geht es. Ob du die Sachen jetzt wirklich dann umsetzt, das ist deine Sache. Natürlich wird es so sein, wenn du dir ständig Tipps holst und du machst immer genau das Gegenteil, irgendwann passt du wahrscheinlich nicht mehr in die Gruppe rein. Aber wenn du dir da was abholst und deswegen bist du selbstständig, Unternehmer, du hast keinen Chef, auch die sind nicht deine Chefs. Das sind Counterparts, die dir helfen wollen, die dir Tipps geben, die dich mit Beratung, vielleicht sogar coachen manchmal. Aber die letzte Entscheidung, die ist bei dir nach wie vor. Bei deinem Fall haben sie dich ja dahin geführt. Sie haben gesagt, schreib es mal auf. Ja, das war auch sehr hilfreich. Genau richtig. Also du gehst da auch dann rein und sagst, okay, die wollen wirklich das Beste für mich. Und so ist das zumindest in den beiden Work, in den beiden Masterminds, wo ich drin bin, ist das auch so. Und das hilft dann sehr. Also bist du auch in, in internationalen Masterminds dabei? Also ich bin, dieses, von dem ich eben gesprochen habe, das ist ein internationales und dann bin ich noch in der Deutschen. Die trifft sich auch alle 14, ist quasi das gleiche Prinzip. Das sind dann hauptsächlich, Moment, bis auf eine, Podcaster. Aber da geht es auch um die, um Online-Marketing, das ist zum Beispiel der Ivan Platter. Ach ja, das ist ja ein Landsmann von mir. Ach, ich wusste gar nicht, dass du Schweizer bist. Ich versuche es ja zu verstecken, aber wenn ich dann CD sage, dann weiß es jeder. Okay, danke. Ich habe ihn leider noch nicht getroffen, vielleicht besteht dann irgendwann mal die Gelegenheit. Ich halte auch sehr viel von ihm. Ja, wir haben ja jetzt, wir arbeiten auch in verschiedenen Sachen zusammen. Ich bin manchmal in seinem Podcast und wir haben zusammen mit dem Mike Pfingsten jetzt dieses Leadership Barcamp auch veranstaltet. Das hat riesen Spaß gemacht mit den beiden. Also die Zusammenarbeiten, so ergeben sich dann halt auch Zusammenarbeiten, dass man sich näher kennenlernt. Und wenn man dann, kommen Projekte zusammen machen, das ist natürlich auch eine tolle Sache. Soweit also mein Gespräch mit Dominik Frank über das Thema Mastermind. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben, an meiner Beta-Mastermind-Gruppe teilzunehmen und Geschäftsführer sind, der ein Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitern führt, dann schicken Sie mir doch bitte einfach eine kurze E-Mail und zwar an mastermind at berndgerob.de Da es sich ja um eine Premium-Mastermind-Gruppe handelt, wirklich zugeschnitten und mir sehr wichtig ist, dass die Leute auch wirklich zueinander passen. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass ich weiß, um was für ein Unternehmen es sich bei Ihrem handelt, wie viele Mitarbeiter Sie haben und was Sie sich wirklich persönlich von einem solchen Premium-Mastermind erhoffen. Schreiben Sie mir das bitte einfach kurz in eine E-Mail und ich melde mich dann bei Ihnen. Wir können dann, wie gesagt, ein Telefongespräch vereinbaren, wo wir uns dann näher kennenlernen, wo ich Sie näher kennenlerne und wir können dann gemeinsam einschätzen, ob diese exklusive Mastermind-Gruppe für Sie passen könnte. Für die Beta-Phase können Sie sich bis zum 31. Juli 2016 bei mir bewerben. Ich freue mich drauf, von Ihnen zu hören. So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Alles Wissenswerte, alle Links und sonstigen Infos, die finden Sie wie immer in den Shownotes. Dort können Sie alles nachlesen. Sie bekommen auch die Links zum Podcast und zu den Webseiten von Dominik Frank. Die Shownotes wie immer unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 139 Führen mit U-E Zum Schluss noch das inspirierende Zitat. Es kommt heute von Jim Rohn. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.